Willkommen zum dritten Video in unserem Thema Typografie. Wir wissen jetzt, was es grundsätzlich für Schriftartenfamilien gibt. Und ich habe euch vor allen Dingen auch im ersten Teil was darüber erzählt, dass es ja um Hypothesenbildung geht, also dass wir Schrift so gestalten müssen, dass diese Hypothesenbildung, dieses schnelle Lesen durch Hypothesenbildung, möglichst gut ermöglicht wird. Und wir wollen uns jetzt in diesem Video darum kümmern, welche Anforderungen es eigentlich an diese Schriftartenauswahl gibt. Und je nachdem, welche Schriftart ich wähle, muss ich manchmal Dinge bedenken, die ich bei der anderen Schriftart vielleicht nicht so bedenken muss. Eine erste Beobachtung, die ihr vielleicht schon mal gemacht habt, wenn ihr mal Text gesetzt habt in verschiedene Schriftarten, ist, dass euch vielleicht aufgefallen ist, dass verschiedene Schriftarten unterschiedlich groß wirken. Obwohl ihr überall die gleiche Schriftgröße eingestellt habt. Also hier ist das der Fall. Guckt euch mal das an. Arial, P.T. Sons, Times und Baskerville. Es ist überall die gleiche Schriftgröße eingestellt. Irgendwie hat man doch den Eindruck, die Schriftart Baskerville, die ist kleiner. Die ist kleiner gesetzt. Und wenn man jetzt mal unten sich das anguckt, die gleichen Buchstaben im Vergleich, dann sieht man, dass das auch tatsächlich so ist. Bei dem T zum Beispiel sieht man relativ gut, dass die Serifenschriften ein kleines bisschen kleiner sind als die Serifenlosen Schriften. Und bei anderen Buchstaben scheint der Eindruck noch höher zu sein. Das ist ja nicht nur ein Eindruck, die Buchstaben sind ja tatsächlich kleiner. Also auch das A zum Beispiel und ganz stark finde ich es bei dem kleinen I, was eben Baskerville erheblich kleiner ist. Vor allen Dingen, sagen wir mal, der untere Teil des Buchstabens, also unterhalb des I-Punktes, sieht erheblich kleiner aus und ist auch erheblich kleiner. Ja, wie kommt das denn? Was ist eigentlich diese Schriftgröße? Wenn ich da eine Schriftgröße einstelle von 12 oder auch 26 oder so, was ist das denn eigentlich? Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist nämlich überhaupt nichts von dem, was ich sehe am Bildschirm und was am Bildschirm dargestellt wird. Und das ist natürlich etwas irritierend, was einen dazu bringt, dass man Schriftgrößen schwer vergleichen kann. Es hängt zusammen mit dem Druck. Es sind alles Begrifflichkeiten, die noch aus dem Druck kommen. Und ich zeige euch nochmal dieses Bild hier. Und hier seht ihr ja viele dieser beweglichen Lettern. Und wenn ihr da auf der linken Seite mal guckt, dann seht ihr so eine Letter, das ist durchaus ein relativ tiefes Gebilde. Und das nennt man einen Kegel. Und auf diesem Kegel, da ist erstmal so eine Führungsrille drauf, das muss uns jetzt nicht interessieren, dann seht ihr da drauf einen Buchstaben. Und der Buchstabe geht ja nicht bis ganz an den Rand dieses Kegels. Sondern natürlich haben wir erstmal nach rechts und links ein bisschen Abstand. Das ist auch quasi der Abstand zwischen den Buchstaben. Aber wir haben auch nach oben und unten Abstände. Und diese Abstände, die sind natürlich notwendig, weil ich kann ja nicht genau auf die Kante gehen. Das wäre rein mechanisch, sagen wir mal, bedauerlich, wenn man das machen müsste. Und deswegen hat man das nicht gemacht. Und was ist die Schriftgröße? Die Schriftgröße ist genau die Höhe dieses Kegels, also die Höhe dieses Bleikegels. Das ist die angegebene Schriftgröße. Darauf unterbringen kann ich natürlich relativ kleine Zeichen und könnte auch sagen, ich nehme einfach immer kleinere Zeichen. Das Schlimme ist noch, wenn wir zu digitalen Schriften übergehen, dann ist diese Größe natürlich auch nur noch eine virtuelle Größe. Das heißt, ich kann auch Elemente haben, die eigentlich über dieses Kegelmaß dann hinausgehen und quasi oben drüber laufen würden. Wenn ich zum Beispiel so eine Schreibschrift habe und ich möchte so ein F haben, was so ausfrandt und vielleicht sogar in die Zeile da drüber geht. Das ist bei digitalen Schriften dann ja möglich. Und das würde dann in dieser Metaphorik oder in dieser Parallele hier zu diesen Kegeln bleiben, würde ich quasi über den Kegel hinaus den Buchstaben ziehen. Gucken wir uns mal an, was es für Größen gibt, die die Schriftgröße beschreiben. Man kann nämlich einige Größen angeben. Man kann ja erstmal hier eine Grundlinie, die habe ich mal hier so eingezeichnet. Dann gibt es die sogenannte Mittellänge. Das ist die Höhe ab der Grundlinie, wo die kleinen Buchstaben enden. Zumindest solange sie keine zusätzlichen Punkte oder sowas haben. Also so Buchstaben wie O und I. Da sieht man, die enden dort an dieser Stelle. Es gibt natürlich Kleinbuchstaben wie F, die haben auch eine Oberlänge, aber diese Mittellänge, die endet an dieser Stelle. Und da hat man schon eben gesehen, da gab es Unterschiede. Die Schriftart Baskerville zum Beispiel hat die Mittellänge tiefer liegen als andere Schriftarten. Dann gibt es die sogenannte Versalhöhe. Das ist die Höhe der Großbuchstaben. Das sieht man hier an dem H gut. Und ein kleines bisschen darüber liegt die sogenannte Oberlänge. Es gibt nämlich Buchstaben, die reichen etwas über die Großbuchstaben hinaus. Hier ist es das K, was das Minimal tut und auch der I-Punkt. Und auch ein F zum Beispiel geht üblicherweise ein kleines bisschen höher, als die Großbuchstaben sind. Dann haben wir natürlich auch eine Unterlänge, denn es gibt ja Buchstaben, die nach unten länger sind. Also ein P ist hier ein Beispiel, ein Q wäre auch ein Beispiel. Das ist die Unterlänge, wo wir unter die Grundlinie gehen. Naja, und dann haben wir hier eine Schriftbildhöhe. Und es wäre jetzt sehr praktisch, wenn diese Schriftbildhöhe die angegebene Schriftgröße wäre. Das ist aber, wie ich euch eben schon mal gesagt habe, leider nicht der Fall. Denn der Kegel, auf dem dieses im Druck gewesen wäre, ist natürlich größer. Das heißt, wir haben eine Kegelunterkante und eine Kegeloberkante. Dazwischen haben wir ein bisschen Platz. Das nennt man Fleisch. Ich habe schon gesagt, es gibt komische Begrifflichkeiten im Bereich des Drucks und der Typografie. Naja, und das ist die sogenannte Kegelgröße oder Schriftgröße. Und diese Größe gebt ihr an. Und daran liegt es, dass gleiche Schriftgrößenangaben in verschiedenen Schriftarten nicht die gleiche Größe produzieren. Das ist etwas bedauerlich. Das muss man beachten. Das heißt, wenn ihr eine Schriftart wechselt, dann guckt euch mal an, ob die Größen, die dargestellt werden, noch passen. Die Tendenz ist ziemlich eindeutig, Serifenschriften sind etwas kleiner in der Darstellung als serifenlose Schriften. Das heißt, wenn ihr von einer Serifenschrift auf eine serifenlose Schrift wechselt, dann müsst ihr vielleicht ein kleines bisschen die Schriftgröße anpassen oder umgekehrt. Wenn es denn einen Unterschied ergibt. Ja, Schriftgrößen für normale Schriften habe ich jetzt hier da mal drüber geschrieben, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nicht Schriftgrößen haben, die entweder ganz stark über den Kegel hinausgehen, wie ich das eben schon mal gesagt habe, oder die sehr, sehr klein sind auf dem Kegel. Solche Schriften werdet ihr finden, wenn ihr große Schriftartensammlungen habt, dann gibt es Schriftarten, die wirken winzig. Aber sagen wir mal, für die üblichen Schriften, die wir am Bildschirm normalerweise verwenden, ja, da kann man sagen, die sind zumindest hinreichend gleich groß, dass ich die gleiche Schriftgröße verwenden kann und im lesbaren Bereich bleibe. Und wenn nicht, dann muss man halt dafür Sorge tragen. Das heißt, man muss mal einmal auch drauf gucken und das mal eben im Verhältnis sehen. Wie groß brauche ich denn die Schriftart? Das sollte man, ja, da sollte man vor allen Dingen sich nicht so sehr auf sich selbst verlassen. Denn man selber ist, wie in ganz vielen Bereichen, nicht typisch. Vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der sich für Design interessiert, dann gehört man üblicherweise nicht zur üblichen Zielgruppe seiner selbst. Und vor allen Dingen darf man auch nicht seine eigene Augenleistung als die Augenleistung annehmen, die alle anderen Leute haben. Das heißt, man darf sich nicht selbst als Maßstab nehmen. Es gibt nämlich, also deswegen gibt es, Vorgaben zu Schriftgrößen und an die sollte man sich halten. Ja, für ermüdungsarmes Lesen, also für Lesen auch längerer Texte ist das gut geeignet. Und da gibt es Vorgaben, die sagen, man soll eine Schriftgröße verwenden von 0,3 Grad Sehwinkel bzw. 0,5 Grad Sehwinkel. Was bedeutet das denn? Wo haben wir denn schon mal Schriftgrößen gehabt in Grad? Nie. Das ist gar nicht üblich, dass man das macht. Was bedeutet das 0,3 Grad bis 0,5 Grad Sehwinkel? Das bedeutet, dass man quasi aus dem Auge heraus einen Winkel misst und das ist die Schriftgröße dann. Also, wenn ich einen Buchstaben habe, dann sollte der von unten bis oben im Auge einen gewissen Winkel nicht unterschreiten. Auch nicht überschreiten. Wir haben auch eine Maximalgrenze. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Was bedeuten diese 0,3 bis 0,5 Grad Sehwinkel? Sie entsprechen, also 0,5 Grad vor allen Dingen, entspricht etwa der Größe des Mondes am Himmel. Ja, gut, hilft uns das? Nein, aber es erklärt uns gleich einen gewissen Effekt, den wir zu betrachten haben. Denn wenn ich von diesem 0,3 bis 0,5 Grad auf tatsächliche Buchstabengrößen, also auf Schriftgrößen, sagen wir mal jetzt, umrechnen möchte, dann hängt das natürlich vom Betrachtungsabstand ab. Das kann man sich am Mond relativ gut klar machen. Wenn der so klein ist wie die Schrift am Bildschirm, wenn wir ihn so am Himmel betrachten, dann ist er natürlich erheblich größer, wenn wir da sind. Das bedeutet, dieser Winkel würde sich dann ändern. Wenn wir näher drankommen, dann bräuchten wir einen größeren Winkel. Andersherum betrachtet, wenn wir also sagen 0,3 Grad Sehwinkel bis 0,5 Grad Sehwinkel, dann müssen wir die Buchstabengröße abhängig davon machen, wie groß der übliche Abstand zu dem ist, was wir da lesen und was wir betrachten wollen. Auf 40 Zentimeter Abstand gerechnet, was ein üblicher Abstand ist beim Lesen, bedeutet das 0,3 Grad bis 0,5 Grad Zehnpunkt bis Zwölfpunkt Schriftgröße. Punkt ist diese Angabe, die ihr in Word nutzt. Das ist eine Schriftgrößenangabe in Punkt. Das heißt, mit Schriftgröße 10 bis 12 seid ihr für normales Lesen gut bedient. Ja, wenn wir natürlich jetzt gestalten für IT-Systeme, dann haben wir natürlich das Phänomen auch, dass wir verschiedene Abstände haben. Auf der rechten Seite sieht man es gut, es ist eine Grafik, die habe ich hier von Microsoft übernommen, aus Microsoft Design Guidelines, dass wir natürlich zu verschiedenen Geräten ganz verschiedene Abstände verwenden. Also zu einem Bildschirm haben wir einen relativ großen Abstand im Vergleich zum Beispiel zu einem Smartphone, was wir näher an unseren Kopf heranhalten. Das bedeutet, die Schrift in absoluter Größe kann am Smartphone kleiner sein, als sie am Bildschirm sein muss. Und wenn wir dann noch weitergehen und haben zum Beispiel einen Fernseher, dann müssen die Schriften nochmals größer sein. Das heißt, die Schriftgröße hängt ab vom Betrachtungsabstand. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die man haben muss. Es gibt eine Maximalgröße auch, die man definieren kann oder die definiert wurde in entsprechenden Vorgaben. Und die liegt bei 5 Grad Seewinkel. Wo kommt das her? Warum brauchen wir eine Maximalgröße? Wenn wir über diese Maximalgröße hinausgehen, dann können wir nicht mehr das Wortbild oder auch vor allen Dingen irgendwann auch noch nicht mal mehr einen einzelnen Buchstaben in einer Fixation wahrnehmen. Das heißt, wir müssen den Buchstaben dann in mehreren Fixationen, mit mehreren dazwischenliegenden Sakkadenbewegungen erwandern. Denkt mal dran, wie klein der Bereich des scharfen Sehens war. Ausgestreckter Arm, Daumennagel. Wenn wir jetzt da hingehen und sind da weit drüber hinaus und müssen quasi den Daumennagel mehrfach verschieben, um überhaupt den einzelnen Buchstaben auch nur zu erkennen oder uns erwandern zu können, naja, dann haben wir ein Problem. Deswegen gibt es auch eine Maximalgröße für Schriften. Ja, hier habe ich jetzt einen kleinen Einschub. Da geht es um Auflösungen und Pixelangaben. Den werde ich mal in einem kleinen Zusatzvideo genauer besprechen, denn das ist nicht unbedingt notwendig für das Verständnis der weiteren Angaben. Vielleicht als Quintessenz daraus, was man mitnehmen sollte, ist, die Angaben in Punktgrößen für Schriftarten, die sind ein bisschen kritisch. Das heißt, im Bildschirmbereich auch vor allen Dingen nicht besonders üblich. Man sollte andere Einheiten benutzen. Und die Quintessenz ist, dass mittlerweile die Computersysteme relativ gut selber dafür Sorge tragen, dass sie bei verschiedenen Auflösungen umgerechnet werden. Das heißt, man sollte eine Schriftgröße, wenn wir zum Beispiel 12 Punkt haben, dann müssen wir je nach System, was wir einsetzen, das in andere Einheiten umrechnen. Also in 16 Pixelgröße zum Beispiel kann man das umrechnen im Web-Bereich. Da ist das die übliche Variante. Oder man rechnet es um in DP. Das ist die Device Independent Pixelgröße von Android. Density Independent Pixel heißt das dort. Oder man rechnet es um auf DIP, Device Independent Pixel bei Microsoft. Da sind wir auch wieder bei 16. Aber das Video, wo ich mich genau über diese Auflösungen unterhalte, seht ihr dann an anderer Stelle als Zusatzinformationen, wenn euch das interessiert. Warum ist das mit den Auflösungen noch wichtig? Naja, die Darstellungsmöglichkeit hängt natürlich davon ab, wie hoch die Auflösung des Monitors ist. Und da muss man sich jetzt klar machen, was Auflösung bedeutet. Auflösung bedeutet, ich habe eine Schrift einer bestimmten Größe und die Auflösung gibt an, wie detailliert diese Schrift zu sehen ist. Auflösung könnte auch bedeuten, dass die, nein, das machen wir jetzt hier nicht, wie detailliert diese Schrift zu sehen ist. Und das ist etwas, was sich momentan teilweise ändert. Wenn wir kleine Auflösungen haben, geringe Auflösungen müsste man sagen, dann haben wir das Phänomen, dass kleine Schriftarten problematisch werden. Denn dann habe ich ja nur noch ganz wenige Pixel zur Verfügung, mit denen ich die darstellen kann. Und das sieht man hier relativ gut und das hat Konsequenzen darauf, welche Schriftarten ich nehmen sollte. Ich habe das hier mal aus Windows 95 herausgezogen. Das habe ich mir mal als virtuelle Maschine installiert, um mal so eine Darstellung noch zu kriegen, die ohne jegliche Schriftglättung oder sonst wie arbeitet. Und ich habe dann in verschiedenen Schriftgrößen was geschrieben. Das habe ich jetzt hier nochmal vergrößert, damit wir den Effekt gut sehen können. Auf der linken Seite Times New Roman und auf der rechten Seite Areal. Also einmal eine ganz typische Serifenschrift und auf der anderen Seite eine ganz typische serifenlose Schrift. Und ihr seht, dass gerade wenn wir in die kleinen Schriftgrößen gehen, wir bei Times New Roman schneller in Probleme kommen. Also guckt euch mal Schriftgröße 7 zum Beispiel an bei Times New Roman. Und dann seht ihr schon so ein, wenn wir mal sagen, Pixelbrei. Diese Schrift ist gar nicht mehr lesbar, oder doch, sie ist noch lesbar, aber sie ist nicht mehr besonders gut lesbar in Schriftgröße 7. Hingegen ist Areal in Schriftgröße 7 noch ziemlich gut lesbar. Ist auch nicht ideal, was wir da sehen, aber es ist erheblich besser lesbar. Die einzelnen Buchstaben sind viel besser erkennbar. Gehen wir zu Schriftgröße 6 und gucken mal bei Areal. Na ja, also toll ist das auch nicht, aber man kann noch irgendwie sich etwas daraus, na ja, erraten. Man kann noch erraten, was da steht. Wenn ihr hingegen bei Times New Roman guckt, das ist nur noch absoluter Pixelbrei. Wie kommt das, dass diese, sagen wir mal, serifenlosen Schriften an dieser Stelle besser geeignet sind als die Serifenschriften? Das muss doch einen Grund haben. Ja, natürlich hat das einen Grund. Das liegt daran, dass die kleinen Strukturen der Serifenschriften in der Verkleinerung für Probleme sorgen. Also erstmal haben wir dünne Linien. Dünne Linien könnten verloren gehen. Dann haben wir diese Serifen selber. Das sind feine Strukturen. Und je nachdem, ob die gerade mal auf ein Pixel fallen oder nicht auf ein Pixel fallen, erscheinen sie oder erscheinen nicht. Und dann passiert es halt, dass da einfach irgendwann nur noch ein Brei von Pixeln entsteht, wo man den eigentlichen Buchstaben gar nicht erkennen kann. Schaut es euch mal bei dem Wort New an. Da seht ihr, dass der untere Teil des W bei der Schriftgröße 6 richtig verschwunden ist. Und wenn wir bei Schriftgröße 5 gucken, da ist ein Teil des N verschwunden. Weil diese Struktur so klein geworden ist, dass die Strukturen gar nicht mehr auf die Pixel fallen. Und wenn wir da ein Pixel hinmachen würden, dann könnte es sein, dass das dann zu breit ist, dass der Pixel zu groß ist an dieser Stelle und man dann auch nicht mehr lesen kann. Das heißt, an dieser Stelle haben wir einen leichten Vorteil zumindest für die serifenlosen Schriften. Generell kann man sagen, guckt euch mal diese serifenlosen Schriften an in den kleineren Schriftgrößen. Es ist ruhiger. Bei den Serifenschriften haben wir starker, unruhige Bilder. Noch schlimmer wird das Ganze, und das seht ihr auf der rechten Seite, wenn die Schriften inkursiv dargestellt werden. Denn inkursiv passiert es ja, wenn wir wirklich nur schwarz und weiß verwenden, dass wir so einen Treppeneffekt bekommen. Und dieser Treppeneffekt sorgt natürlich nochmal dafür, dass diese Schriften schlechter lesbar sind. Und ihr seht, dass das bei der serifenlosen Schrift einigermaßen gut funktioniert. Hingegen bei der Serifenschrift, bei dem Times New Roman, ein sehr unschönes Schriftbild erzeugt. Weil dadurch wirklich auch wieder sehr feine und sehr filigrane Strukturen entstehen, die in der niedrigen Auflösung einfach nicht gut darstellbar sind. Es empfiehlt sich also, gerade wenn wir so eine Darstellung haben, eher eine serifenlose Schrift zu verwenden. Es gibt eine Technik, mit der man dieses Problem dieser Kanten, dieser Treppen lösen kann und auch dafür sorgen kann, dass solche Schriften etwas besser lesbar sind. Und diese Technik nennt sich Anti-Aliasing. Bei Anti-Aliasing macht man quasi einen Trick und sagt, naja, wenn zum Beispiel ein Punkt nicht genau auf einen Pixel fällt, dann machen wir hier an der Stelle nicht entweder schwarz oder weiß, sondern wir machen dann zum Beispiel ein graues Pixel dahin. Wir berechnen also verschiedene Grautöne. Anti-Aliasing in der Standardtechnik, also in dieser ganz einfachen, wie ich euch das jetzt gerade genannt habe, hat einen großen Nachteil, denn es sorgt dafür, dass das Ganze verwaschen wirkt, unscharf wirkt. Man hat dann zwar keinen Treppeneffekt mehr, man kann aber trotzdem nichts lesen, weil es so aussieht, als hätte man irgendwie was vor den Augen. Das ist also ein Problem. Deswegen gibt es andere Techniken, die dort noch mit hineinkommen. Eines ist das sogenannte Sub-Pixel-Rendering. Da werden farbige Teilpixel genutzt. Ihr wisst ja, ein Pixel am Bildschirm besteht ja eigentlich aus drei Pixeln, aus drei Farben, Rot, Grün und Blau. Und die könnte man natürlich einzeln benutzen und hat dadurch eine viel höhere Auflösung. Und das macht man als Trick. Dadurch, dass man diese drei Pixel einzeln verwendet, wird quasi die Auflösung am Monitor an diesen Kanten erhöht. Und ob das da an der Stelle grau ist oder ob das ein Blau ist oder ein Rot ist oder ein Grün ist, den Unterschied sieht man gar nicht. Denn das sind so kleine Strukturen, da haben wir gar keine Farbwahrnehmung in dieser Größe. Diesen Effekt, dieses Sub-Pixel-Rendering sieht man gut hier unten, wo ich einen Text nochmal geschrieben habe, auch wieder in Arial und in Times. Und ihr seht dieses Anti-Aliasing relativ gut, dass die Kanten also mit, naja, nicht so hart sind, sondern dass da andere Pixelmuster erscheinen, die das Ganze weicher erscheinen lassen. Und ihr seht auch das Sub-Pixel-Rendering einfach schon dadurch, dass ihr da Farben seht. Und dadurch funktioniert das, das funktioniert natürlich nur in Originalgröße vernünftig, haben wir da eine Erhöhung der Auflösung an dieser Stelle. Und eine andere Technik ist eine, die ist vor allem von Microsoft stark propagiert worden, das sogenannte Font-Hinting. Font-Hinting sorgt dafür, dass zum Beispiel so eine Querlinie im E nicht zwischen den Pixeln landet und dadurch grau würde oder irgendeine dieser Farben bekäme, sondern dass der Buchstabe leicht verbogen wird, sodass dann solche Elemente immer auf Pixeln landen. Das gefällt häufig den Herstellern der Fonts nicht, den Font-Designern nicht, denn es sorgt natürlich dafür, dass die Buchstaben oder die Schriftarten etwas verändert werden. Und das ist natürlich nicht unbedingt in ihrem Sinne, wenn sie eine Schriftart gestaltet haben. Lassen wir diesen Aspekt beiseite, dann kann man mit diesen Techniken, also Anti-Aliasing überhaupt, Sub-Pixel-Rendering und Font-Hinting, dafür sorgen, dass wir eine bessere Darstellung am Bildschirm haben. Auch von kleineren Schriften, aber auch vor allen Dingen von kursiven Schriften. Vor allen Dingen dafür hilft das gut, um diesen Treppeneffekt zu vermeiden. Und man vermeidet ihn natürlich auch an runden Stellen an Buchstaben, also so einen Bogen von so einem E zum Beispiel oder einem D. Diese Bögen, die erscheinen dann angenehmer am Bildschirm, trotz niedriger Auflösung. Ja, was ist die Konsequenz? Abhängig davon, welche Bildschirmtechnologie wir quasi einsetzen, das erste geringere Auflösung und kein Anti-Aliasing, heute selten, aber es gibt ja auch nicht nur High-End-Computersysteme. Es gibt erstmal ältere Computersysteme, aber es gibt auch viel einfachere Anzeigen, die manchmal verwendet werden. Was machen wir denn dann? Dann verwenden wir möglichst eine serifenlose Schrift, vermeiden die Darstellung von kursiver Schrift und denken vielleicht sogar darüber nach, so eine ganz klassische Pixelschrift zu verwenden, so eine Bildschirmschrift, Bitmap-Schrift, so habe ich sie genannt in dem vorherigen Video. Denn die ist dann wahrscheinlich am besten lesbar. Gut, haben wir eine geringe Auflösung, eine geringe Bildschirmauflösung, aber eine Anti-Aliasing-Technik. Das ist heute immer noch sehr verbreitet. Das ist, also mein Bildschirm hier zum Beispiel, mein großer Bildschirm, auf den ich manchmal schaue, ist so einer und das ist kein ganz alter Bildschirm. Das ist ein Bildschirm, der hat halt eine Full-HD-Auflösung. Aber wenn ich das in groß habe, dann ist das eine geringe Auflösung, relativ, im Vergleich zu einer Druckdarstellung. Ja, was sollte man da machen? Besser eine serifenlose Schrift verwenden, denn die Darstellung ist doch schärfer. Ich habe weniger von diesen Querbalken und weniger, naja, feinkleine, zisilierte Teile in der Schrift, auf die man achten muss. Kursivdarstellung kann man verwenden, aber möglichst nicht in kleinen Schriftarten, wenn dann kommt das alles zusammen und dann kann es schnell passieren, dass die Darstellung doch wieder unleserlich wird und auch verwaschen aussieht. Habe ich hingegen ein Retina-Display, so nennt Apple das, also ein hochauflösendes Display, ein richtig hochauflösendes Display. Auch viele Android-Tablets haben sowas heute oder auch, naja, Bildschirme kann man kaufen für PCs, die so eine hohe Auflösung haben. Ja, dann habe ich eigentlich keine Einschränkungen mehr. Dann kann ich auch Serifenschriften ohne weiteres verwenden und kann sie auch kursiv einsetzen. Das ist dann vielleicht ein Vorteil, gerade insbesondere, wenn ich Fließtexte darstellen möchte. Da jemanden dazu nötige, wahrscheinlich ist es notwendig, oder derjenige möchte das, längere Texte am Bildschirm zu lesen. Und dann kann ich auf eine Serifenschrift zurückgreifen. Das hat nämlich bei längeren Texten tatsächlich Vorteile, die ich euch bei nächster Gelegenheit noch zeigen werde. Ich habe euch erläutert, dass es um Worthüllen geht beim Erkennen eines Wortes und dadurch auch beim schnellen Lesen. Was ist für so eine Worthülle maßgeblich? Wie kriege ich es hin, dass ich prägnante Worthüllen habe? Und da gibt es eine ganz wichtige Sache zu beachten, die leider häufig missachtet wird, gerade wenn Anfänger gestalten und dadurch auch häufig, wenn man im Web Gestaltungen sieht, weil da dann halt doch noch die Möglichkeiten des Selbstgestaltens größer sind, was ein Vorteil sein kann, aber in diesem Fall ein Nachteil ist. Nämlich eine große und kleine Schreibung. Schaut euch das hier an. Ihr seht hier nur den unteren Teil eines Wortes. Also ich habe das Wort quasi in der Mitte durchgeschnitten und jetzt frage ich mich mal oder frage ich euch mal, was steht da eigentlich? Und wahrscheinlich könnt ihr nach längerem drauf gucken, darauf kommen, dass hier ein gewisses Wort steht. Aber das dauert. Das ist ein bisschen kompliziert. Viel einfacher ist es, wenn ich euch genau den anderen Teil dieses Wortes zeige. Da könnt ihr das viel besser erkennen. Und jetzt dürftet ihr feststellen, dass man im oberen Teil sofort das Wort Wortbild erkennen kann, während unten es relativ schwierig ist, das Wort Wortbild zu erkennen. Es geht auch, aber es ist schwieriger als im oberen Teil. Woran liegt das? Es liegt daran, dass sich Wortbilder vor allen Dingen in den Kleinbuchstaben bilden. Die sorgen dafür, dass wir bestimmte Strukturen haben. Großbuchstaben, dadurch, dass alle Buchstaben zum Beispiel schon mal gleich hoch sind und oft der obere Teil und der untere Teil des Buchstabens identisch ist, haben viel weniger Differenziertheit in sich. Das heißt, eine Worthülle hieran zu erkennen, ist viel schwerer möglich. Ich muss viel mehr die einzelnen Buchstaben lesen. Das heißt, für die Gestaltung, eine Gestaltung von Texten rein in Großbuchstaben sollte man vermeiden. Denn sie zwingen den Nutzer zu einem langsameren Lesen. Man kommt also nicht so schnell dazu zu erkennen, was da steht und gleichzeitig verbrauchen sie auch noch mehr Platz. Das heißt, sie sind eigentlich in beiderlei Hinsicht schlecht. Großbuchstaben sollte man nie in User Interfaces verwenden. Also, keinen reinen Text, nur in Großbuchstaben geschrieben. Denn dann ist die Erkennbarkeit dieses Wortes und auch die Unterscheidbarkeit von Worthüllen viel weniger gegeben. Also, keine reine Großschreibung, auch nicht diese Kapitelchen, also den großen Buchstaben richtig groß und die kleinen Buchstaben als kleine Großbuchstaben. Das hat ja den gleichen Effekt. Und man muss darauf achten, dass man über eine Schriftart verfügt, die hinreichend Oberlängen hat, wo also dieser obere Teil nicht ganz klein ist, nicht ganz schmal ist. Das ist aber heute bei den üblichen Bildschirmschriftarten eigentlich immer gegeben. Unterscheidbarkeit ist natürlich auch wichtig auf Ebene der einzelnen Buchstaben manchmal. Denn, naja, manchmal kommt es ja tatsächlich auf den einzelnen Buchstaben an. Zum Beispiel, wenn ich Seriennummern angebe, wenn ich so etwas habe wie Bankleitzahlen, gut, das sind Zahlen, aber trotzdem kommt es da darauf an, dass ich die auch voneinander unterscheiden kann. Ich muss irgendwas abtippen. Dann ist es manchmal so, dass die einzelnen Buchstaben wichtig sind. Oder, ja gut, ich muss es irgendwie vermitteln, dass es irgendwie, aber muss es klar sein, welche Buchstaben jetzt genau hier gemeint sind. Manchmal ist es wichtig, oft ist es nicht so wichtig. Also in einem Fließtext zum Beispiel ist klar, dass manchmal nicht so wichtig ist, ob man jetzt unbedingt, naja, zwei Buchstaben voneinander unterscheiden kann, denn im Zusammenhang und als Wortbild macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber wenn es wichtig ist, dann muss ich darauf achten. Viele der typischen Bildschirmschriftarten haben hier ein Problem. Schaut euch das mal hier rechts an. Also Helvetica zum Beispiel und Areal, das sind fast die gleichen Schriftarten, sind sie sehr ähnlich. Sprechen wir später nochmal drüber. Da kann ich ein großes I und ein kleines L kaum voneinander unterscheiden. Die sehen fast gleich aus. Auch bei der Schriftart Liberation Sons, da ist das kleine L zwar etwas größer als das große I, aber schwierig ist es doch. Bei Times New Roman habe ich keine großen Schwierigkeiten zwischen dem großen I und dem kleinen L, aber zwischen dem kleinen L und der 1. Die sind schwer zu unterscheiden. Gucke ich bei Courier New, ja, auch da ist das kleine L und die 1 nicht ganz einfach auseinander zu halten. Und bei Lucidia Grand habe ich wieder das Problem mit dem kleinen I und mit dem L. Überhaupt immer problematisch ist das große O und die Null. Ihr seht zwar in all diesen Fällen, dass das große O und die Null anders aussehen, aber das hilft einem eigentlich nur, wenn man sie auch beide sieht. Wenn man nur eines von beiden sieht, dann kann das schon schwieriger sein, hier eine Unterscheidung zu machen. Es gibt Schriftarten, die sind da besser. Die unten angegebenen haben dieses Problem allesamt nicht. Also zumindest haben sie das nicht im Bereich des I, L und 1. Und die Schriftart Liberation Mono hat sogar auch eine richtig stark sichtbare Unterscheidung zwischen einem O und einer Null. Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang die Schriftart Comic Suns, die ja häufig sehr stark kritisiert wird, naja, gar nicht so schlecht ist. Gut, lassen wir es an dieser Stelle bei diesem Video mal dabei bewenden, mit der Eindeutigkeit von Schriftarten und machen in einem nächsten Video weiter mit weiteren Anforderungen an die Schriftauswahl und an die, naja, vielleicht auch Auswahl von Gestaltungsoptionen, wenn ich denn eine Schrift gewählt habe. Schriftart